Hallo, es ist wieder soweit, der Membranwechsel steht an. Wir zeigen euch in diesem Video, wie ihr das bei der ASX-Wasserfilteranlage von Aquasave ganz einfach und schnell durchführen könnt. Wir schließen zunächst die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss und öffnen den Hebel für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage zu lassen. Abschließend ziehen wir den Netzstecker. Unser Tipp, holt die Anlage aus dem Unterschrank hervor und setzt sie auf ein Tuch oder in eine Wanne, um einfacher an den Membrangehäusen arbeiten zu können. Wir öffnen den Deckel über den Magnetverschluss und ziehen die Platte nach oben heraus. Unser Tipp, wir entfernen vorsorglich den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser beim Membranwechsel nicht auslöst. Die beiden Membrangehäuse ziehen wir vorsichtig aus den beiden Halteklammern nach vorne heraus. Wir legen vorsorglich ein Tuch unter die Gehäuse, um austretendes Wasser aufzufangen. Wir entfernen den blauen Clip direkt am Eckstück und drücken den weißen Ring Richtung Eckstück, um den Schlauch leichter herausziehen zu können. Wir ziehen das Gehäuse aus der Halteklammer und öffnen den Deckel mit Hilfe des Gehäuseschlüssels in Pfeilrichtung. Wir halten das Gehäuse gerade, während wir den Deckel abdrehen. Das Wasser aus dem Gehäuse lassen wir in einen Eimer oder eine Schüssel fließen. Mit einer Zange können wir die Membrane nun nach oben mit leichten Drehbewegungen herausziehen und im Hausmüll entsorgen. Unser Tipp, reinige das Membrangehäuse von innen mit einem trockenen und sauberen Tuch. Achtung, damit wir die Membrane nicht beschädigen, müssen wir beim Einsetzen folgendes beachten. Wir entpacken die neue, für unsere Anlage passende Membrane und führen sie mit den beiden Doppelohrringen voraus in das Gehäuse ein. Mit etwas Druck von oben führen wir die Membrane über den Widerstand weiter in das Gehäuse ein. Dabei ist wichtig, dass sie komplett im Gehäuse verschwindet, da sonst der Deckel nicht schließen könnte und die Membrane beschädigen würde. Jetzt nehmen wir den Deckel zur Hand und drehen ihn zurück auf das Gewinde und nutzen abschließend den Gehäuseschlüssel noch einmal zum Festziehen. Vorsichtig drücken wir das Gehäuse zurück in die Halteklammer. Das lose Schlauchstück führen wir ca. 1,5 cm tief in das Eckstück am Gehäuse ein und fixieren die Verbindung abschließend mit dem blauen Sicherungsklip. Unser Tipp, damit wir die zweite Membrane nicht über Kopf wechseln müssen, ziehen wir den Schlauch über die Pumpe hervor und drehen das Gehäuse um 180 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn. Auf diese Weise können wir den Wechsel leichter durchführen. Wir müssen aber darauf achten, dass wir die Schlauchverbindung zur Pumpe nicht knicken. Wir entfernen den blauen Clip am Eckstück, drücken den weißen Ring Richtung Eckstück und ziehen den Schlauch heraus. Wir ziehen das Gehäuse aus der Halteklammer hervor und öffnen den Deckel mit Hilfe des Gehäuseschlüssels in Pfeilrichtung. Wir entfernen den Deckel und gießen das Wasser in einen Eimer oder eine Schüssel. Die Membrane ziehen wir mit der Zange und leichten Drehbewegung nach oben heraus und entsorgen sie mit dem Hausmüll. Wir reinigen das Gehäuse mit einem trockenen und sauberen Tuch und nehmen uns eine neue, ausgepackte Membrane zur Hand. Mit den beiden Doppelohrringen voraus führen wir auch diese Membrane vorsichtig von oben in das Gehäuse ein, so dass sie ca. 1 mm tiefer im Gehäuse sitzt. Nun drehen wir den Deckel wieder von Hand auf und nutzen den Gehäuseschlüssel abschließend zum Festziehen. Wir drücken das Gehäuse zurück in die Halteklammer. Aber Vorsicht, dass wir uns dabei nicht die Finger klemmen. Nun nehmen wir uns das lose Schlauchstück und führen es tief, ca. 1,5 cm, in das Eckstück ein. Mit dem blauen Clip sichern wir die Schlauchverbindung. Beide Gehäuse drehen wir im Uhrzeigersinn um 180 Grad zurück in die Ausgangsposition und legen den langen Schlauch wieder über die Pumpe. Nun ist es wichtig, dass beim Einbau in das Gehäuse die Schlauchverbindungen auf der Rückseite nicht eingeklemmt werden. Es darf kein Schlauch innerhalb der Klammer liegen. Wir drücken das Gehäuse erst unten und anschließend oben in die beiden Halteklammern zurück. Der Membranwechsel ist somit erfolgreich abgeschlossen. Wir legen den Schwamm zurück in den AquaStop und befestigen abschließend den Deckel wieder am Gehäuse. Die Anlage kann jetzt an ihren gewohnten Platz zurückgesetzt werden. Um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen, öffnen wir den Hebel am Kaltwasseranschluss und setzen den Netzstecker in die Steckdose ein. Hat dir unser Video gefallen, dann vergiss nicht uns zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal! Los geht's! Musik 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 Marah 협